Wie lange verfolgen mich die Binder? Was ist denn das eigentlich für ein Punkt hier? Ja, ein herzliches Hallöchen und Willkommen zu einer weiteren Folge von SIV, ihr Lieben. Mit mir, dem Einbrecher vom Dienst. Ja, so soll es sein, Leute. Ich schleiche mich da weiter in Richtung Bessow. Bessow, Bessow, Bussow. Ich schleiche mich mal da rüber, weil da kommen die Wachen. Ich muss auf jeden Fall... Ich hoffe, die drehen sich jetzt nicht um, weil ich muss nämlich direkt da hin. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? So, wie geht's da irgendwo rauf, oder? Ich muss hier runter, okay. Ich muss hier runter. So, und ich sollte da rein, oder? Black Alley, jawohl, da muss ich hin. Leute, da treffe ich Bessow in Black Alley. Ich weiß nicht, wo der jetzt sein soll, oder bin ich eh schon da? Ja. Komm mit. Jemand will dich sehen. Warum mich? Dein sonniges Gemüt? Die anregenden Gespräche? Keine Ahnung. Du hast den Ring für ihn gestohlen. Musst ihn beeindruckt haben. Wer ist er? Er heißt Orion. Der Einzige, der gegen den Baron aufbegehrt und sich für Leute wie dich und mich einsetzt. Also, zumindest für mich. Was er sagt, leuchtet ein. Das gibt's hier wirklich nicht oft. Er hilft hier unten den Opfern der Schwermut. Schön, dass mal jemand zu seinem Wort steht und was tut. Und, äh, sei nicht zu sehr, du weißt schon, du. Wir brauchen das. Gut, dass ihr da seid, Garrett. Ihr bezahlt, oder nicht? Von dem bisschen, das ich habe, ja. Dann habt ihr jetzt meine Aufmerksamkeit gekauft. Gut. Bitte. Begleitet mich. Der Baron zieht fortschert dem Schmerz vor. Metall und Stein statt Fleisch und Blut. Und seht, was passiert ist. Ich misch mich nicht in Politik ein. Ah, ja. Ihr seid ein stolzer Einzelgänger. Glaubt ihr wirklich, das ginge euch nichts an? Für mich passt's so. Aber wie lange? Garrett! Garrett, ich rutsche! Es ist auch eure Stadt. Was ist passiert? Eine Ohnmacht. Geht's euch gut? Ich bin eigentlich kein Freund des Diebstahls. Aber in Zeiten wie diesen. Ein Politiker, der stehlen lässt. Klingt ganz normal. So wie ein Dieb, der für die gute Sache steht. Ich hol euch das Buch. Ihr sichert damit auch eine bessere Zukunft für alle. Ich werde es mir merken. Ich werde es mir merken. Ja, ich werde es mir auch merken. Also, ein Buch still. Das Haus der Blüten. Ich war nie dort. Im Gegensatz zu jemand anderem. Aaron. Begib dich zu Aarons Versteck im Südviertel. Leute, wir müssen zu Aarons Versteck gehen. Wo das ist? Warte mal kurz. Ja, ich habe die Maske jetzt abgenommen. Weil es so warm, die Maske irgendwie. Luft. Mein Hirn braucht Sauerstoff, Leute. Ist so. So. Also. Gehen wir mal. Aarons Versteck. Wo soll denn das sein? Aarons Versteck. Warte mal kurz. Ähm. Weiß ich jetzt ehrlich nicht. Black Bureau. Da gibt es einen Ort, äh, Black Bureau, glaube ich, in Hogwarts Legacy. Ja, ja. Das dauert auch nicht mehr lang auf meinem Kanal. Das Spiel und es ist durch. Ich will zu Aarons Versteck. Äh. Geh mal lieber da. Oder. Äh. Ist doch wurscht, wie immer geht. Ob mal da jetzt da rechts geht oder links geht. Wartet mal kurz. Ich stelle mich kurz da rein. Weil ich speichere ein, Leute. Das reimt sich. Ähm. Kapitel 3 bin ich jetzt nochmal, oder? Wartet mal kurz. Kapitel 2, die starten noch immer, okay. Gut. Dann marschieren wir mal weiter. Äh. Wo ist denn Aarons Versteck? Komm, komm, komm. Durch hier. Durch, 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 durch. Ah. Okay. Bin ich schon da? Nö. Nö. Das ist Dormarket. Okay. Oh, meine Fresse. Da schaut es nicht gut aus. Gehen wir mal da langsam, aber sicher runter. Die Wache sollte uns jetzt nicht sehen. Ähm. Okay. Ich behalte dich im Auge. Und jetzt auch ab, sonst verhafte ich mich für das Rumlungern. Äh. Verhaften für das Rumlungern. Du bist wirklich ein Vogel, weißt du das? Ich gehe mal. Was ist das? Dein Schloss knacken. Schau da mal. Das ist sicher ein schweres Schloss. Ja. Das ist ein schwereres Schloss. Kein Boot rein oder raus. Ich dachte, ich hätte was. Ah, nö. Das sind nur... Meine Augen lügen nicht. Du bist kein Gegner für mich. Du bist kein Gegner für mich. Okay. Nö. Da muss ich den einen auf jeden Fall einmal... Ähm. Okay. Ja. Genau. Ja. Ich war doof. Aber das... Vielleicht kann ich den ja töten. Töten tue ich ja niemanden. Aber... Vielleicht kann ich den bewusstlos schlagen. Genau. Begib dich zu Arons Versteck im Süd. Wir nannten ihn Oridl. Genau. Da wieder durchgehen. So, ihr Lieben. Keine Ahnung, wie lange das jetzt noch dauert. Bis ich beim Versteck bin. Schnauze, Mistkerl. Nur Götzen geben der Wache Widerworte. Und du bist doch kein Götze, oder? Nein, Sir. Komm da. Ich bin ein Northcrest. Da her. Schon immer. Da stört sich da her. Dann geht er rüber. Komm, geh rüber da. Du hast dich angepisst, oder? Komm, geh rüber. Ja, super. Ich behalte dich im Auge. Und jetzt schau ab, sonst verhafte ich dich fürs herumlungern. Ich weiß nicht. Ist da was Wichtiges drin? Lassen wir das einmal. Vielleicht in ein Sammlerstück oder irgendwas. Wäre schon gut, dass ich den jetzt da irgendwie auf die Seite schaffe. Nö. Da kommt nämlich einer. Da müsste schnell sein. Kein Boot rein oder raus seit der Abriegelung. Sogar der Jahrmarkt wurde geschlossen. Peter. Hauptmann Durham, sagt er. Dort gehörst du hin. Denn die Durham berottet unter Sackleinen in einer Schwermutgrube. Ich weiß nicht. Ich will aber das nicht irgendwie nicht... Ich speichere mal. Weil, dass ich dann auch wieder da bin. Und gehe jetzt einmal die Kiste machen. Königreich für einen Kaffee. Ach Gott, das ist so blöd zum Knacken, weil es schwer ist. Okay. Hat sich da gerade was bewegt? Ich sehe nicht einmal meine eigenen Füße. Du bist kein Gegner. Nö, Leute. Für mich. Willen wir stehen zu bleiben? Das sind so doofe. Leute. Wurscht. Wenn ich den einen K.O. schlag, findet er den Ort sich versteckt. Nö, nö. Gehen wir weiter. Leute. Gehen wir zu Erin's Versteck. Ach du Hammer. Jetzt habe ich wahrscheinlich ein Ding verpasst. Da ist aber noch was. Schaut einmal. Da stört mich wenigstens keiner. Das ist so blöd. Zack. Ah, Leute. Ah, okay. Da haben wir es weiß gehabt. Weiß, 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 weiß. Ja, sehr gut. Leute, komm doch. Jawohl. Ja, eine schwere, schwer zu knackende Kiste. Bis du mal das findest, dass es weiß wird. Jetzt. Jetzt. Na, Gott sei Dank. Ja, was haben wir denn da drin? Wo schauen wir da drin? Wasserpfeil. Wasserpfeil. Flachmann. In der Stadt gibt es einige dieser Obelisken. Neues Dokument. Okay, Inventar voll. Okay, also hat sich jetzt eh nicht ausgezahlt eigentlich. Aarons Versteck. Wo bist du? Hm? Bin ich hier falsch, oder was? Machen wir mal dunkel hier. Ich bin sicher falsch hier. Ja, da müssen wir wahrscheinlich rüber. Ich speichere noch einmal, Leute. Ich weiß. 285.677,34 Mal speichern. Ja, aber es ist einfach so. Okay, komm, geh doch. Der soll weggehen von dort. Leute. Geh doch weg. Es bleibt aber nicht da die ganze Zeit stehen, oder? Habe ich irgendwas zum Schießen? Flaschen oder so? Ja, der bleibt die ganze Zeit da jetzt stehen. Wie soll ich denn da? Wie soll ich denn da? Genau, da sperre ich mich jetzt einmal ein. Da kann man nicht rein, na? Nö, da gibt's nichts. Bin ich umsonst dahinter gelaufen. Genau. Wartet mal kurz. Ich hab nichts zum Schießen da. Ich weiß echt nicht. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Ich sehe nicht einmal meine eigene Hose. Ich weiß nicht. vielleicht hier dass ich einen falschen ich komme da nicht mehr weiter der normal ist es sollte der weg gehen der koffer der leute echt jetzt waren sie wenn sie zu lang laden wird den toten ihre habseligkeiten und ihre würde stehlen der diebesfänger general übertrifft sich wie damals das ist ja komplett war das leute 249 ist um ein speicherslot glockenturm stone market hier oder speichelpunkt also ich weiß jetzt nicht wo der speichelpunkt war leute ja was soll ich machen wenn der penge bleibt der koffer ja normalerweise sollte der nämlich nicht dort sein so gehen wir rüber da ich bin nicht so leicht zu besiegen Zwing mich nicht, dir nachzulaufen. Das kann nicht sein. Er ist verschwunden. Brüher oder später finde ich dich. Ich heile mich hier. Wie viel habe ich eigentlich noch? Drei Heilungen, basta. Ich verspreche dir einen schnellen Tod am Galgen. Sei leise, du Vogel. Da liegt eine Leiche. Stirb. Finde den Dreckskerl. Ich halte dir den Rücken frei. Kommt schon. Wie lange verfolgen mich die bitte? Was ist denn das eigentlich für ein Punkt hier? Da ist er. Ich weiß, wo bin ich. Und da ist er. Ich weiß selber nicht, wo ich bin. Ich hätte es schon. Oh, Leute. Warte, meine Nase feißen. Schauen wir mal wieder da durch. Du da bist und warte. Ich will dir niemanden. Allzeit wachsam. Schauen wir mal. Das dürfte sich normalerweise wieder beruhigt haben. Okay. Okay. Okay, der da. Das ist auch blöd, wenn der da geht. So, geht er rüber. Ja, sehr gut. Ich hoffe, ich kriege ihn nicht. Nein, 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 nein. Der geht dann mal da her. Ja. 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 Ich habe jemanden gesehen. Glaube ich. Lässt dich nicht. Passt. Südviertel. Sollte ich jetzt hin. Leute, nicht schlecht. Also nicht ohne. Leute. Und da muss ich jetzt nämlich da zu Erins Versteck gehen. Ich glaube, ich bin da eh richtig. Normalerweise, ne? Oh, du Schande. Es wird heftig. Absolut. In Riverside steht eine alte Mühle, in der Aaron mal gewohnt hat. Die sollte ich mir genauer ansehen. Okay. Dann schauen wir mal. Wir werden jetzt nicht, ich schätze mal, wir werden jetzt nicht den, einfach, einfach, nicht einfach, den Weg gehen, wo die gerade entlang gegangen sind. Die Wachen, wir werden uns da mal auf der Seite vorbeischleichen. Und Glimmer Lane. Ich weiß nicht, wo es da jetzt schnell hingeht, aber ich vermute was. Ja, aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Das wird auch gleich die nächste Session werden. Dann geht es weiter in der nächsten Folge mit Siev Teil 2014. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Game over. Macht's alles gut. Ciao. Entschuldigung. Gut. Das war's gut.